Hey, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ich habe heute mal ein bisschen ein anderes Format auf meinem Kanal. Und zwar hat es den Hintergrund, dass ich in der letzten Zeit recht aktiv bei TikTok bin, weil es macht mir ja gerade ein tierisches Spaß. Und jetzt hat sich da bei einem meiner Followern eine Frage ergeben bezüglich, wie man das so macht, so ein TikTok-Video mit Filtern auszustatten und so weiter. Also so ein bisschen Basics. Jetzt, ich selbst bin ja auch nicht so ein Profi, aber ich habe dann einfach kurzerhand vorgeschlagen, ich mache so ein kleines Tutorial, wenn derjenige, der das wissen wollte, auch bereit ist, auf YouTube zu gehen. Und das Tutorial habe ich jetzt fertig gemacht. Und ja, wenn der dran bleibt, nach dem Intro, geht es damit gleich los. So, wir gehen mal in unser TikTok und dann, ich bin jetzt hier auf meinem Profil und hier gibt es unten in der Mitte diese schwarze Schaltfläche mit dem Plus. Wenn wir die antippen, dann kommen wir in den Aufnahmemodus. Das heißt, wir sind jetzt bereit zum Aufnehmen. Und da gibt es halt ein paar Einstellungen, die man da machen kann. Bei Umdrehen, oberrechts im Eck oder es fangen wir mal oben in der Mitte an, da gibt es Sound hinzufügen. Da kann man sich dann irgendein Musikstück oder irgendeinen Sound, den man möchte, den man auch hier durch Anklicken in die Suchleiste raussuchen kann, hinzufügen. Das mache ich jetzt aber an der Stelle nicht, weil das habe ich noch nicht hinbekommen, dass ich hier an der Stelle mir einen Sound hinzufüge und dann meine Stimme noch mit dazu aufnehmen kann. Also wenn ich das machen möchte, dass ich irgendwas im Video spreche und möchte nur Musik und eine Malung, dann muss ich das nach dem, so habe ich es bis jetzt auf jeden Fall nur verstanden, dann muss ich das nach der Aufnahme von dem Video machen und dann halt noch eine Tondatei hinzufügen. So, weiter Geschwindigkeit auf der rechten Seite oder ganz mal von oben angefangen umdrehen, ist eigentlich die Kamerawechsel quasi von der Heckkamera oder Hauptkamera in die Selfie-Kamera. Wenn ich umdrehe, dann bin ich bei der Selfie-Kamera logischerweise. Bei dem Punkt unter drunter gibt es den Punkt Geschwindigkeit, da kann man sich so Geschwindigkeits-Control-Panel einblenden, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen. Nun kommen wir dreifach, die halbe Geschwindigkeit, normale, doppelte und dreifache Geschwindigkeit. Das lasse ich mal ausgeblendet, indem das ich wieder drauf tippe. Und jetzt geht es schon los, wenn du, oder wenn ihr mit Filter experimentieren wollt, hier unter dem Punkt Filter unter Geschwindigkeit, geht unten schon so eine Auswahl-Sektion auf, wo man dann verschiedene Filter, Farbfilter, das geht über Landschaft, Essen, Vibe, Porträt. Da muss man halt wirklich nach eigenem Geschmack die Dinge alle mal durchtippen oder angucken. Und hier mit dem Schieberegler oben drüber, seht ihr gerade, ich kann da den Effekt stärker oder schwächer machen. Bei dem sieht man es jetzt vielleicht nicht ganz so doll. Warum sieht man das nicht so doll? No, ich weiß nicht, ob es bei euch rüberkommt. Also ja doch, man sieht leicht, sich die Farbe verändern. Also am Gesicht oder so, oder wenn wir es aufnehmen, sieht man es sehr schön. Ich nehme jetzt mal kein Filter. Oh, das soll ich mal ändern nehmen. Das ist ja wurscht. Vintage. Ja, da hat sich definitiv was verändert. Und den hauen wir jetzt mal voll rein. Und dann tippe ich einfach wieder auf dieses Bild hier. Und jetzt ist der Filter schon eingestellt und wird jetzt, wenn ich Aufnahme drücke, mitverwendet. Dann gibt es noch den Punkt Verbessern. Dann kann man dann sein Gesicht glatt zeichnen, die Zähne weiser machen, Konture, da kann man mal mit rumspielen. Das ist alles, was man im Gesicht irgendwie kaschieren kann oder verbessern die Möglichkeit. Dann gibt es noch einen Timer, der ist praktisch, um zu, ja, einfach, wenn man eine Szene einstellen will, dass er Zeit verzögert, entweder erst nach drei Sekunden oder noch zehn Sekunden mit der Aufnahme startet. Wenn ich jetzt auf Countdown starten klicken würde, würde er drei Sekunden runterzählen und dann erst anfangen aufnehmen. So, dann haben wir noch den Blitz. Da kann man einfach die LED einschalten, was bei Selfie-Aufnahmen natürlich wenig Sinn macht. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise das Ding auf dem Stativ habt und vor der Hauptkamera was aufnehmen wollt, dann kann das bei dunklen Umgebungen manchmal auch ein bisschen helfen. Und jetzt kommen wir noch mal zu den Effekten unter, bevor ich jetzt wirklich auf Aufnahme drücke. Hier unten links, neben dem Aufnahme-Button, gibt es den Punkt Effekte und da sind all die Effekte drin, die es da gibt, angeordnet nach, was gerade angesagt ist, was neu ist, Holidays, Special Effects, interaktiv, lustig, Stimmungen. Ihr seht ja, was da alles zur Auswahl steht. Da kann man also entweder hier einen bestimmten Themenbereich anwählen, der nur um Stimmungen geht oder ich will nur Special Effects. Und ja, das muss man ausprobieren. Übrigens, wenn ich einen Effekt gut finde, kann ich den hier mit diesem Lesezeichen, wo gerade die Birne da vorbeisaut, wenn ich hier draufklicke, dann wird es rot, dann ist es in meiner Sammlung sozusagen drin. Dann kann ich nämlich, wenn ich hier draufklicke, alle Effekte, die ich als Favorit angelegt habe, auswählen. So, wenn ich auf dieses Runde-Symbol ganz links klicke, dann ist der Effekt wieder deaktiviert. Jetzt finde ich den wahrscheinlich nimmer. Schade, dann laden wir mal neue Runde. Ach, das sieht ja auch ganz knallig aus. Dann nehmen wir jetzt mal den. Und jetzt, vor der Aufnahme, passiert mir immer noch oft, dass ich ein Minute-Video mache, welches 60-Sekunde-Video, und das Ding steht standardmäßig auf 15 Sekunden. Hier unten sieht man das. Es gibt 15 Sekunden und 60 Sekunden. Nur der Hinweis, wenn ihr ein Minute-Video macht, aber logischerweise auch die 60 Sekunden bitte auswählen. Für unseren Fall solle die 15 Sekunden jetzt reichen. Und MV ist ja die Geschichte, wo man so Vorlage hat, wenn man Slideshows oder so irgendwie machen will. So, jetzt habe ich aber einen schönen Bock gebaut. Jetzt bin ich da rüber in die Slideshows und jetzt ist mein Effekt wieder weg. Aufpassen, wenn man sowas macht. Effekt wählen. Und wenn der Effekt gewählt ist, dann am besten auf der Und-Schüss-Button und dann geht's los und dann tanzt unser Schwein im Galopp. Nehmen wir auf, alles sauber. Dann sind wir fertig, beziehungsweise ich habe jetzt noch mal unterbrochen und man sieht an dem obere Balke hier, dass ich ja noch ein bisschen Zeit hätte und ich könnte jetzt das Schwein auf den Kopf stellen. Ich trinke es jetzt mal ganz arg schieben und jetzt gehe ich wieder auf Aufnahme und wieder Stopp. Und jetzt gehe ich mal in 90 Grad, Aufnahme, Stopp. Spiegel verkehrt, 90 Grad, Aufnahme, Stopp. Und setzen zum Schluss wieder hin und lasse die Aufnahme meinetwegen jetzt fertig laufen. Und jetzt wird unser Video, das wir bis jetzt produziert haben, schon abgespielt und müsste eigentlich gleich unser Schnitt kümmern. So, ja. Und jetzt kann ich hier immer noch Dinge verändern. Ich kann hier oberrechts immer noch auf Filter gehen und kann das alles immer noch verändern und auswählen und nach meinem Gespack zusammenstellen und zusammenfärben. Und dann gibt es jetzt hier unten, geht es jetzt mal weiter, da gibt es Sounds. Und da kann ich jetzt hier entweder auf meine gespeicherte Sounds zugreifen. Ja, kann die ablaufen lassen. Das hört ihr jetzt nicht, weil ich den Ton vom Handy jetzt nicht mit aufzeichne. Aber normalerweise würdet ihr das dann hier alles hören und das ist jetzt, was ich eingangs erwähnt habe. Wenn ich jetzt hier einen Ton nehme, der wird erstmal ganz laut angespielt, dann könnte ich hier auf Lautstärke gehen und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den hinzugefügten Sound runterzudrehen und den Originalton aus dem Video zu lassen, sodass ich einfach einen Kommentar sprechen kann oder ein Video sprechen kann und mit einer leichten Hintergrundmusik belege. So, ich nehme jetzt auch mal keinen Sound. Da tippe ich nochmal an, dass die rote Umrandung weg ist. Gehe raus und gehe mal ins Nächste. Das heißt, ich kann jetzt immer noch Effekte nehmen und jetzt sehe ich hier das ganze Video. Das kann ich auch hier durchziehen, von links nach rechts. Und da, wo das Video gerade abgespielt wird, da kann ich jetzt beispielsweise mal auf das Seventies tippen. Jetzt bleibe ich drauf und so lange ich auf dem Seventies bleibe, wird der Effekt angewendet. Jetzt gehe ich runter. Jetzt hat er Anhalter. Jetzt suche ich mir einen anderen Effekt und nehme das X-Signal. Oder ich will jetzt erstmal ein normales Bild haben. Dann gehe ich hier auf Play und Touch wieder zum Anhalter. Und jetzt gehe ich auf das X-Signal. Und solange ich das halte, wird hier dieses X-Signal-Effekt angewendet. Und so kann ich das mit allen Effekten machen und kann mir auch genau einen Punkt suchen, an dem der Effekt anfangen soll. Beispielsweise, wenn jetzt hier der vom Kopfstand hier genau wechselt in die Seidelage. Dann könnte ich Rauch erscheinen lassen. Also mache ich das jetzt mal. Und wenn ich das jetzt zu weit gezogen habe und sage, nee, das will ich nochmal machen, dann gehe ich hier auf diesen Zurück-Button. Dann löscht er mir immer die jeweils letzte Aktion. Also könnte ich sagen, okay, mache ich hier nochmal. Oder der Smoke hat mir nicht gefallen. Manchmal weiß man auch nicht, wie es wirkt. Ich nehme jetzt lieber doch den Film-Effekt. Und dann gehe ich hier auf Film. Und jetzt lasse ich los. Und so kann ich das auch durchziehen und kann das auch immer wieder angucken in Echtzeit. Was gerade aktueller Stand ist. Das läuft immer wieder durch. Jetzt sieht man hier, da kommt der Effekt. Und dann kommt die Pause. Dann kommt der nächste Effekt. Wieder kurz Original-Bild. Und dann dieses. Und immer beachtet, der ursprünglich gewählte Effekt bleibt natürlich erhaltet. Das heißt, so kann ich auch mehrere Effekte kombinieren. Indem ich mein Video mit dem Effekt schon aufnehme. Und dann hinterher mit weiteren kleinen Effekten verfeinern. Und jetzt gehe ich hier oben. Ich bin zufrieden. Gehe hier oben auf Speichern. Oben rechts. Jetzt bin ich wieder in dem Bild. Jetzt kann ich hier noch mit A, mit diesem Symbol, kann ich jetzt Text eingeben. Sehr einfallsreich. Und kann mir hier eine Farbe für den Text wählen. Kann die Art von dem Text. Also ob das die Schriftart sozusagen wähle, kann ich sagen, es soll links, rechts oder mittig zentriert werden. Wobei ihr es ja dann noch verschieben könnt. Und bei diesem A hier links kann ich dann einmal die umrandete Hintergrund und transparente Hintergrund und wieder zum normalen Text wechseln. Und die Farbe wechseln. Wie gesagt, das kann man auch alles schön durchprobieren. Jetzt klicke ich mal auf Fertig, nur dass man sieht. Oberrechts. Und jetzt kann ich den Text aber auch noch nehmen, halten und verschieben. Und wenn ich den Text nicht im ganzen Video hauen will, auch noch ein kurzer Tipp. Dann einmal kurz drauf tippen, Dauer festlegen. Und dann kann ich hier genau sagen oder festlegen, wann bzw. an welcher Stelle und wie lang der Text erscheinen soll und wann er wieder verschwinden soll. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt kommt nämlich irgendwo gleich dann der Text unter. Ja, kommt er. Jetzt steht das Schwein auf dem Kopf, guckt nach links und das Ding ist weg. So, jetzt würde ich sagen, unser Projekt ist fertig. Und wir gehen jetzt auf weiter und der Rest dürfte bekannt sein. Hashtags eingeben und solle man das Video veröffentlichen. Ich lege es mal in die Entwürfe. Vielleicht können wir es ja dann als Referenzmaterial mit hochladen. Dann mache ich jetzt einfach nur mal Testaufnahme Tutorial und lege es erst mal in die Entwürfe. So, das war es an der Stelle. Wenn noch Fragen sind, gerne entweder über TikTok direkt. Bei TikTok heiße ich Gowettl und hier auf dem YouTube-Kanal heiße ich Gowettl. Und ja, dann wünsche ich allen, die sich auf TikTok versuche, so wie ich es ja auch noch tue, ich bin ja kein Profi, viel Spaß. Und vielleicht sieht man sich beim ein oder anderen Video und AndreaMaus53, ich hoffe, dass das dir hilft. Und wenn nicht, gibst einfach nochmal Bescheid, weil du findest mich auf jeden Fall auf TikTok. Also, denk positiv, bleib negativ, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.